Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklatum, zu einem neuen Adventskanal natürlich mit dem Zwergenfürst. Ich werde heute für euch mit einem dieser drei Stifte, das sind irgendwie ja so ein paar Stifte, die ich mir ausgeniehen habe, die jetzt nicht wirklich Bleistifte sind, aber ja sowas ähnliches, wahrscheinlich schwarz oder braun, wie es ausschaut. Damit werde ich heute versuchen, etwas Adventliches, etwas Weihnachtliches zu zeichnen auf diesem Papier, auf diesen Papieren. Und das hier dient einfach nur als schönes Bild. Und ja, schauen wir mal, welche Farbe das ist. Das scheint blau zu sein. Auch gut. Ich werde heute mal versuchen, ein bisschen rumzukritzeln. Und ja, vielleicht gefällt es euch ja. Im letzten Jahr hat die liebe Black Barn Old LP, ich habe es wahrscheinlich mal wieder falsch ausgesprochen, für euch ein bisschen was gezeichnet. Und dieses Jahr bin ich dran. Ja, ich war krank im letzten Jahr und konnte daher ein Video nicht machen. Das Zip musste in die liebe Black Barn springen. Das ist aber ein ordentliches... ...Kreis. Ja, ähm... Ja, ich wollte mal sehen, wie das auch gar nicht sehen moderator. Zeichnen ist jetzt nicht so direkt meine Stärke, man sieht es vielleicht auch ein bisschen. Untertitelung. BR 2018 Soviel dazu. Guck mal, Gesicht, da kann ich doch gut malen. Vielleicht versuche ich das da irgendwie ein bisschen, wenn ich ein kleines Gesicht, vielleicht geht das ja besser. Soviel dazu. Soviel dazu. Soviel dazu. Soviel dazu. gar nicht, ziemlich groß gelungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Kamera sieht ein bisschen trollig aus, für meine Verhältnisse, ja, ich habe ein Bestes gegeben. So lange will ich das Video dann auch nicht mehr machen, ich habe so ein bisschen gekritzelt, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr missfallen, darf ich nach oben, sollte es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr nur auf meinem Kanal seid, ihr seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwerg und Först verpassen wollt, und seid beim nächsten Mal wieder mal dabei, morgen geht es weiter mit einem weiteren Video, haut rein, gehabt euch wohl, ciao, ciao. Outro 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017